Das war das Beste in den Schraben. Richtig flop. So flop. Ja. Ich auch nicht. Ich kann revolven. Ach geil, mit dem Paket einen Schuss für Granatleiter. Wir haben gar keine Plattform. Ja, echt. Dann lass mal jetzt spawnen erstmal. Ja, sehr eng wie der Cess, man. Ich mach jetzt grad hier erstmal. Direkt bleiben. Ja. Ich komm, der will. Ich schieß an. Schauen wir das zu zweit. Ja. Top. Hammer. Zwei fahrer gleich, fahrer gleich. Ich kann nicht reviven. Ich hol, ich hol. Ich glaub ich. Können wir jetzt Portal machen und dann auch Brücken bauen. Warte. Dann gleich die nächste hier. Schieß mal nochmal an die Route. Ja, chill, chill, chill. So. Ich bin wieder gefallen. Verwirkt, dass ich wieder tot bin. Ja. Ja, danke. Alter, Titan heilstellen. Fette Sau. Wollt ihr Portal machen jetzt? Ja. Bin klar. Ja. Die Klob links. Ää, Lars, du reist mal vor mir jetzt? Ja, ich versuche es, ich kann nichts gesprächen. ach wegen mehr. Dois Links die Klob Ja da war ein Dings rechts an der Seite Ja Ich muss ja mal ein Bildschirm Ich habe mich einfach den Fernseher angeschlossen Mit was schießt ihr? Welche Waffe? Ja Divinity Was soll ja gut denn? Ich hatte vorhin ein Viswan ausgerüstet Deswegen habe ich so wenig Schaden gemacht Ich hatte auch Verdammt viel Schaden und ich hatte Viswan Ja ich habe auch nicht getroffen weil Bildschirm ganz nah außen angegangen Das hast du nicht Ja ich glaube Xenophash ist doch gar nicht so schlecht Nimm lieber Xenophash wenn du nicht so zielen kannst Ja habe ich jetzt auch Ich habe jetzt nur meinen Fernseher angeschlossen Ich habe keinen Bock mehr einen neuen Monitor zu kaufen Wir sind wieder so teuer Geh schaffen du fette Sau Junge Fresse Geh tank schaffen Ja könnte ich machen aber da muss ich wieder nach einem gescheiten schauen Nicht so ein Rans mit 75 jetzt Was ist das denn? Wir werden jetzt erst mit einem Monitor der Keine Ahnung an ist so Ja bist du nicht so lächst Ja bist du nicht so lächst Isto ist das ein Möchtig Geh?